Wenn man einfach genau mit diesen Kontrasten spielt, mit diesem eigentlich sehr konformen, das Christentum sehr reduziert in der Sexualität und dann, dass man das einfach das Kreuz wirklich auf die nackte Brust gibt, ist natürlich ein absoluter Widerspruch und nach wie vor in der Popkultur wie auch überall wird das sehr, sehr stark eingesetzt, weil man will einfach spielen, man will einfach aufregen, also das ist das, was VULG eigentlich auch tut, das regt ja auf und das soll es ja auch, also ich finde das gerade spannend.